So, ihr Lieben. Und wir haben es geschafft so. Wir haben unseren ersten Partner und sind sehr stolz darauf. Ja, Big Boy ist auch sehr stolz darauf. Bars.com, Freunde. Wenn ihr Bock habt, auf ziemlich nice Kleidung. Shirts, Hoodies, Drinks, Collectibles, etc. Merch von Künstlern, Bücher von Künstlern. Bücher, alles am Start, Freunde. Alles am Start. Alles aus. Und jetzt kommt das, worauf ich schon lange gewartet habe. Und mit dem Rabattcode. Ja, genau, mit dem. Mit dem Rabattcode, Freunde. Dope or Nope 10. Er hat es jahrelang geübt, hat er das. Dope or Nope fucking 10. Das fucking lasst du weg. Bekommt ihr. Nicht ein Prozent, nicht zwei, nicht drei, sondern ganze 10 Prozent. Ganze 10 Prozent. Und es lohnt sich wirklich. Der Bruder ist nicht nur cool, sondern tatsächlich, er hat tatsächlich einen Online-Shop, wo ich sagen kann, ihr, da kaufe ich, weil es einer für die Karte ist. Weil Dosen könnt ihr noch brauchen. Aber ansonsten, das vorne, genau deswegen, ja, gibt ihn auf der Store. Bester Mann. Link dazu, findet ihr in der Show. Absolut immer. Ab sofort immer. Und deswegen könnt euch. Und für immer. Ey, und das war Werbung. Geil, ne? Bezahlte Werbung. We out. My fuck is? Wir kennen ja alle schon die Boss-Aura. Ja. Jetzt lernen wir die Lord-Aura kennen. Ja, es ist halt eine konsequente Fortsetzung der verschiedenen Auras. Und es soll wohl das Ende markieren, Bro. Aber, es gibt kein Video dazu. Sag ich dir. Hab ich vorhin bemerkt, als ich mir das Ding geholt hab. Ja, ob ich das jetzt für so gut heißen möchte, einfach eine ganz dekadente Frage an den Lord. Ja. So. Ob das denn so richtig sei, aber, na ja, er wisset schon, was er tut. Was? Bro. Also Wolfram von Eschenbach, oder? Was? Was? Bro. Was ist denn das für ein Bullshit? Dietrich von Bern? Ich weiß nicht. Oh, the fuck. Wenn dann eigentlich nur Alexander von Eich. Das ist mein einziges Vorbild, das ich habe. Franziskar. Franziskar, raus aus deinen Gemächern. Ja, bester Dude, Alter. Christian Ullmann. Alexander von Eich. Mein Vorbild. Wir hatten sie, die Boss-Aura, Zuheld-Aura, was nicht für Auras. Jetzt kommt sie, die Lord-Aura und bildet wohl wirklich den Abschluss der Auren-Aura, Auras? Der Auren. Der Auren-Reihe. Ich hoffe, der Auren-Reihe. Der Auras. Falls ihr wisst, was der Plural von Aura ist, wir wissen es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht Aureen. Das ist auf jeden Fall. Hast du Aurel gesagt? Aureen, Alter. Achso, okay. Ich wäre bei Aurel. Das ist von Michael Ende. Warte. Bist du bereit? Warte, ich checke es gerade noch nebenbei ab. Aura. Plural. Vielleicht sind es auch die Aureösen. So. Ja, Auren. Tatsächlich. Bo. Das ist der integrierte Grammatik-Flash. Blaka, Blaka. Migrations-Knowledge. Ja. Wobei Schlesien ist jetzt auch Ausland. Er zählt. Zählt. Zählt auf jeden. So. Bereit? Ja. Für die Lord Aura immer. Für viel Zuhören. Machen wir ein Beat bisschen lauter. Hörst du das Ding, wie es reinkommt schon? Ich habe gelesen, in welcher Schrift er es geschrieben hat. Ja. Das Beat bisschen lauter machen. Ja. Ja. Kollege der Boss. Kollege der Boss. Lord Aura. Mhm. Ah, ah. Glanz, Glamour, Gloria. Toliga. Eleganz wie ein Modezahn. Ich habe die Lord Aura. Lord Aura. Ich gebe dir Pimpslaps in der Allee. Und der Luftzug davon bringt die Blätter zum Wehen. Ich gebe dir Pimpslaps in der Allee. Und der Windzug davon bringt die Blätter zum Wehen. Stell dir das nur mal bildlich vor. Ich gebe dir Pimpslaps, aber mit Puder auf der Hand. Mit Puder. Mit Powder. Und das Five Finger say to the face. Ja, aber auch hier, das ist voll der Anime-Style. So ist deine Fotografie... Oh, wasch, oh. Der Luftzug davon bringt die Blätter zum Wehen. Ich habe die Lord Aura. Lord Aura. 38 Jahre, doch ein Playboy und Fresh. Plus Fame und das Cash erhöhen den Halo-Effekt. Ein Lambo in Black. Ein Speedboat in Weiß. Siehst du aus wie der Boss, gehst du mit Cheatcode durchs Live. Speedboat in Weiß. Siehst du aus wie der Boss, gehst du mit Cheatcode durchs Live. Aber ich bin dem Boss, Entschuldigung, ich bin dem Lord sehr dankbar dafür, dass der Text hier einfach mal schön mit eingespielt wird. Macht es leichter für uns. Es macht es immer leichter, aber die Zeile war ungewöhnlich unsauber. Findest du? Ein bisschen. Ich finde es absolut legitim. Nice. Alles also super entspannt. Immer locker durch die Hose wie eine Groupie Bitch Hunt. Wer da nicht die eine... Immer locker durch die Hose wie eine Groupie Bitch Hunt. Mache, die mich aufregt zur Zeit. Deutschrap ist nur noch Junkietum und Faulanzerei da. Gibt sogar eine saustarke Industrie für. Ich spreche den Elefant im Raum an wie ein Hindu-Priester. Yeah. Langsam. Ich spreche den Elefant im Raum an wie ein Hindu-Priester. Yeah. Sollten sich die Altbiertrinker vorm Komplettabsturz am Riemen reißen. Fallschirmspringer, Gewalt wirkt immer, deshalb lass mich kurz den Anz... Ganz kurz, ne? Fallschirmspringer auf Altbiertrinker. Das ist geil. Das ist natürlich schon eine Maschine, ey. Da ist es wieder, ne? Da ist es wieder die Begeisterung für die Mehrsilbigkeit. Das ist Killer bei ihm. Das ist Wahnsinn. Fallschirmspringer, Gewalt wirkt immer, deshalb lass mich kurz den Anzug öffnen, um die ganze Zücken. Paar Schatzi fangen an zu röcheln unter all den Bastarden, die Taschen voller Manni möchten. Gibt's nen hohen Schnitt an Flaschen wie beim Jampo's Köpfen. Da gibt's majestätische Klatschen. Von Juni bis majestätische Klatschen. Fürstliche Gesicht... Das ist geil. Ach Gott, ey. Von Juni, ja? Bis majestätische Klatschen, ja? Alter, das ist so gut gemacht. Das ist so schön immer. Hast du's schon mal versucht? Also, ich weiß nicht, ob's dir da genauso geht wie mir, ne? Ich hab ab und zu mal meinen Film, dass ich irgendwo stehe und freestyler einfach. Auch wenn ich der schlechteste Freestyle auf diesem Planeten bin. Und da hab ich's tatsächlich mal versucht, generell bei meinen Endungen immer auf mehr als drei Silben zu kommen. Das ist unmöglich, Bruder. Da musst du dich wirklich richtig schön hinsetzen. Und selbst wenn du's runterschreibst, ist das Schweine schwierig. Ja, Triple Rhymes sind schwierig. Und alles darüber hinaus. Ist Fakt, aber es gibt tatsächlich Dudes, die das abreißen. Ja, auf jeden Fall. Von Frank Zidarte aus Würzburg, alter... Safe. Kranker Dude, kranker Dude. Aber ja, klappt gelegentlich. Nee, also da musst du wirklich ein bisschen Hirnschmalz reinhängen, so in das ganze Thema, dass das wirklich so ganz entspannt auch wirklich irgendwann funktioniert. Also da steckt ein Haufen Arbeit hinter. Wirklich. Von Juni bis Mai ästhetische Klatschen, fürstliche Gesichtsverhandlung. Da diskutiert Verhaltensregeln wie bei meiner kürzlichen Gerichtsverhandlung. Wie die vor mir stehen, ne sonderbare Sache. Nimm erst mal die Pommesarme aus der Bomberjackentasche. Grinst mal nicht so rum wie... Auch immer der zweite Akt vom ersten zum zweiten. Pommesarme aus der Bomberjackentasche. Hier ganz kurz. Ja. Die Tischmanieren-Klatsche. Hast du das schon geil gemacht, ne? Schön. Pommesarme aus der Bomberjackentasche. Grinst mal nicht so rum wie ein frisch verliebter Glocke. Du hast nichts kapiert, heute lernst du Tischmanieren-Trottel. Setz dich an das prunkhafte Tischgedeck. Ich hoffe, du kennst den Umgang mit Fischbesteck. Das ist was anderes als dein Hering-Salat. Das ist Seeteufel wie der Leviathan. Das ist so krank, was hier passiert schon wieder, Alter. Seeteufel wie der Leviathan. Oh, wunderschön. Also, wie schon angepriesen im zweiten Akt jetzt gerade wirklich einfach alles so, was auf den Tisch kommt, ne? Es ist crazy. Es ist eine ganz, ganz hohe Kunst. Eine ganz, ganz hohe Dichtkunst, muss ich fast schon sagen. Obwohl es ja tatsächlich dir das Leben erleichtert, wenn du dir das in Themen eingrenzt. Ja, das auf jeden Fall. Plus, seitdem es Chat-GPT gibt, vereinfacht das auch so einiges, wenn man will. Das wäre meine Lösung dafür. Willst du damit sagen, dass Chat-GPT das neue MC-Forum ist? Bruder, was denkst du? Also, ich habe es noch nie gemacht, aber gib doch da einfach mal irgendwas ein. So, keine Ahnung, was reimt sich auf Eier-Soll-Buchstellen-Verursache. Und ich schwöre dir, da ist irgendwas dabei. Ja, aber auch ich beziehe Stellung Scheiß-auf-AI-Musik. Just saying. Aber es ist lustig. Scheiß-auf-AI-Musik. Warte mal ab, in welche Richtung sieht das alles noch in Wicht? Scheiß-auf-AI-Musik. Katastrophal, ne? Aber es ist krass, dass das so funktioniert. Ja, es ist krass, dass es funktioniert, aber ich will es nicht. Das will niemand, hoffe ich. Aber es ist trotzdem krass. Timbo will es? Ja, Timbo sucht auch seinen nächsten Hype, aber er hat seinen Hype gehabt für zwei Jahre. Und von daher, alles gut. Teufel wie der Leviathan, kommt in mir mit Stichsäge an. Löst mal eleganter Fleisch per Messer von den Fischgräten, Mann. Dein Verhalten ist nicht kniggegerecht. Dafür wird sich jetzt an dir, indem ich deine Finger knickegerecht. Es sagt das aus, indem ich deine Finger knickegerecht. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Es ist offiziell. Ich liebe ihn. Ich war schon gespannt, was darauf kommt, auf knickegerecht. Es war klar, dass da knickegerecht kommt, aber es ist auch schön, dass du den ganzen Satz hast, als siehst, dafür wird sich jetzt an dir, indem ich deine Finger knickegerecht. Ja, es ist geil, oder? Habe ich gerade einen Akt verpasst, weil es zum Wechsel kam? Sind wir schon beim dritten Akt gerade? Nein, da habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Mehr Respekt als vor deinem leiblichen Vater hast. Ich klatsch dir voll auf deine moddigen Pausbäckchen. Und du holst aus deinen drolligen Augäpfeln. Vorher warst du noch ein Fräu mit einer Pferdefresse. Jetzt trägst du die Serviette stolz wie eine Perlenkette. Vorher sah das alles grob schlechtig aus. Jetzt hast du beim Prost schon korrekte Stoßtechnik drauf. Ab jetzt nie wieder Pizza liefern lassen. Du bist endlich kultiviert. Dank der Tischmannieren klatsche. Man achte auf Zubereitung des Dichs. Kann man sich irgendwie dafür einsetzen, dass das Kolle direkt im gleichen Atemzug wie Schiller und Goethe genannt wird in Deutschland? Das ist, glaube ich, sein Ziel ein bisschen, oder? Ja, Bro, also das Ding ist, der Meinung bin ich absolut, dass Hip-Hop, der jetzt gerade nicht irgendwie nur darauf ausgelegt ist, irgendeinen Spotify-Pipe aufzunehmen, die einzige Kultur ist, die da mithalten kann. Zeig mir jemand anderem. Auf jeden Fall. Zumindest bin ich mir dem anderen Teil der Kultur nicht so vertraut, dass ich das jetzt sagen könnte. Weil es gibt ja, ich kenne aus der jetzigen deutschen Dichtkunst, kenne ich niemanden. Ich kenne niemanden, der es so macht. Ja, safe. Kinderportionen sind ja voll nicht meins. Also tatsächlich ist das nicht der stärkste Track von Kolle bisher. Nee, ist es auch nicht. Aber die Reimästhetik ist ziemlich geil. Das ist genau das, was mich stört. Manche Reime sind geil und ich muss ja drüber lachen, aber die sind schon sehr simplifiziert im Vergleich zu dem, was wir vorher geliefert gekriegt haben. Kinderportionen sind ja voll nicht meins. Ich jag ihn mit nem abgebrochenen Holztischbein. Er stolpert tollpatschig hinein in den Goldfischteich. Was machst du, du Idiot? Ja gut, wenn du schon drin bist jetzt, dann schnapp dir so nen Fisch und ess dich satt dran, du Idiot. Dann hätten wir das auch, denn die Hundefutterpreise gehen grad astronomisch hoch, wie das Hubble-Teleskop. Mein Gast ist schon K.O., der letzte Drink knallte rein. Ins Bett gehen ist okay, dabei hinfallen, nein. Läufst du aus Versehen in eine meiner Ming-Vasen rein? Nimmst du morgen früh dein Frühstück wohl durch Trinkhalme ein? Habibi, krieg jetzt keine Star-Allüren. Laufst du meine Ming-Vasen hinein? Ja, lieber nicht machen, ne? Oder gut versichert sein, Bro. Oder einfach keine kaufen, dann passiert das auch nicht, ne? Nur mal so an den Lord gerichtet. Morgen früh dein Frühstück wohl durch Trinkhalme ein? Habibi, krieg jetzt keine Star-Allüren. Du kommst im großen rechten Flügel unter Adlerküken. Zauberhafter Le... Du kommst im großen rechten Flügel unter Adlerküken. Uh, krass. Kurze Story, ja, weil wir es hier von Küken hatten gerade. Weißt du, dass ich versucht hab, ein Schwanenei auszubrüten in den letzten Tagen? Nein, weißt du nicht, ja? Ich hab alles gegeben, ja? Wir haben ihn Heinz genannt, aber es wurde nichts daraus. Wir waren am See und dann wurde uns ein Ei angespült von irgendwo her. Dann hab ich gesehen, wie irgendwie die Kinder da mitgespielt haben. Dann hab ich gesagt, Schluss damit! Dann gebt mir das Ei. Ihr Rüpel. Ihr Rüpel. Ihr Rotzlöffel und Rotznas innen. Ja? Und dann haben wir das Ei mit nach Hause genommen und hatten es die letzten drei Tage hier. Ich hab versucht, wirklich es immer bei 37 bis 8, 39 Grad schön warm zu halten, dieses Ei. Aber ich glaube, es hat nicht funktioniert so. Und jetzt, rest in power, Heinz. Und jetzt hast du Protein eingenommen? Nee, nee. Es war wahrscheinlich ein Schwanenei. Und auf den Asia-Filmen fahr ich halt nicht so sehr ab. So dieses, ja, Fresh-Fried-Chicken. Ja, was es ja in dem Fall nicht ist, sondern Swan. Ja? Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das kann ich auch nicht so verzehren. Das geht nicht. Aber, ähm... Frisch geschächteter Schwan. Ja, Heinz hat es leider nicht geschafft. Ich weiß, man sollte die Eier im besten möglichen Fall auch nicht mitnehmen. Aber das war es uns durch so. Ich hab versucht, ihn zu retten. Und wir haben alles versucht. Und ich hätte ihn auch großgezogen. Und wie geil wäre es gewesen, wenn ich in meinem Garten einfach einen Schwan gehabt hätte. Ich hätte ihm auch einen Teich gebaut. Ja? So bin ich. Und wäre dann mit ihm auf Schwan-Innen-Suche gegangen. Ja? Je nachdem, was dabei rumkommen soll. Als Wingman. Als Wingman. Das wäre ich gewesen, genau. Ja? Ich wäre von Heinz the Wingman gewesen. Let me put you under my wing, don't you? Alter Schwede. Aber, rest in power. Ja? Er hat es wahrscheinlich nicht geschafft. Heinz. Ja? Bester, bester Kurzzeitbruder. Bester Schwan ever. Ja. Lebensraum. Ey, schon mein Gäste-Klo als dauerhafter Lebensraum. Wer für den ein Lebenstraum? Milliarden Flex. Ich hole Scheiß auf den Bode der Tatsachen runter. Wie private Jets. Der Boss umringt von Frauen bei dem Staatsbankett. Mit ausgesprochen scharfem Ass. Wie das Wort Mars-Jakett. Ich hab nen Butler und der Spur zu krass. Leute sagen, manchmal ist das nicht ne Spur zu krass. Der ist Butler. Da muss er sich mit abfinden. Und mir fachgerecht Krawatten um den Frack binden. Also, ähm, Free Frede, ja? A.K.A. Frederik. Falls er irgendwie vom Lord unterdrückt wird, auf jeden Fall. Und die Vorwürfe hier, ne? Ganz klar. Wir sind immer auf Frederiks Seite. Wir sind für dich da, Frederik. Frederik, du weißt es, ne? Also, Free Frede. Ja. So ist es. So hört er sich an, der Slogan. Ob er verachtenswert ist mit seinem Kackgrinsen? Ja, liegt im Auge des Betrachters wie Kontaktlinsen. Wir haben einen Scheich hier auf Saudi-Arabien. Hat mich erinnert, ähm, wie an die Line von Savas, ähm, ähm, liegt in aller Munde bezogen. Ja, ähnlich, ähnlicher Film gerade. So. Wir haben einen Scheich hier auf Saudi-Arabien. Mach dich gerade, sonst schwimmst du in Raubfisch-Aquarien. Frederik, spiel etwas Gitarrenmusik. Und reich uns Davidovs aus dem Zigarren-Humidor. Ja, ich rauche beim Essen. Das ist so ein Liebhaber-Ding. Und sie waren klimabedingt niemals Skifahren. Stimmt's, Herr Schein? Wie ist das? Skifahren? Kannste bei 50 Grad? Habt ihr da überhaupt ne Schanze? Noch etwas von der Feuerzangenbowle? Wir stehen eher auf Zigarren, wie ne Steuerbander-Holle. Ja, ich rauch vom Kamin genussvoll. Und putz die da mit nem Fußfeger weg. Wie Frederik, ein Staubkorn beim Stiefelputzen. Konntest du das lesen, Bruder? War's genau. Also der Großherzog, was steht da drüber? Was willst du? Über der Großherzog. Ja. Was heißt das? Schlussakt. Ah, Schlussakt. In altdeutscher Schrift bin ich gewandert. Bruder, wenn nicht du wär, dann. Du bist doch in dem Alter, dass du das noch miterlebt hast und in der Schule auch noch beigebracht bekommen hast. Selbstverständlich. So wie ich Steno schreiben musste. Ich hatte Steno, Bruder. Ich hatte auch Steno, ich kann auch Steno schreiben. Das waren nur noch einzelne Sachen. Neu. Ist das endlich geschwungen? War das nicht das K? Neu. Ja, genau. Jetzt sind wir dabei, ne Bruder? Bro. Darium. Jetzt wisst ihr, wie alt wir sind. Wir können Steno schreiben. Tatsächlich, tatsächlich, habe ich das nicht mehr in der Schule gelernt. Aber meine Oma hatte Original. Leute, hat er. Hat er. Er soll sich da nicht rausreden. Wir wissen alle, das hat Big Boy. Meine Oma hatte Original noch so ein altdeutsches Liedgutbuch zu Hause. Und irgendwann habe ich das halt mal durchgeblättert. Das Ding war halt einfach mal die Nationalhymne mit allen drei Länden drin. Ich so, oh. Vollkatastrophe. Oma. Aber man muss es auch so sagen, ne? Also Big Boy hat auch safe noch unter dem Führer gedient. Ne, lass mal ehrlich sein. So alt bist du auf jeden Fall, Bruder. Großherzog. Krass. Krass. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich komme nicht dahinter. Also ihr wisst Bescheid, la deutsche Vita. Der Himmel ist gesaved, der kann nirgendwo hin, Boss. So. Also. Was gönnen wir dem Boss? Ich gebe dem Boss ein dopestens. Die Frage ist, ob wir den Boss bosshaft bewerten, also nach eigenen Kriterien oder allgemeingültig? Nicht nach eigenen. Also das heißt, wir müssen das ja allgemeingültig sehen, im direkten Vergleich mit der Rap-Umwelt. Ja. Weil wir können ihn jetzt nicht in seinem eigenen Maßstab ihn noch irgendwie schlechter bewerten aufgrund dessen, weil es dann draußen wieder keiner versteht. Da müssen wir uns dafür rechtfertigen oder sonst irgendwas. Müssen wir doch sowieso. Und deswegen geben wir dem Lord einfach in diesem Fall ein, also ich zumindest, ein dopestens. Weil Big Bo hatte schon gesagt, es war nicht sein stärkster Track. Aber das weiß der Lord bestimmt auch selber. Aber darum geht es ja auch nicht, Freunde. Also von daher. Also wenn wir es so machen, gebe ich mir auch ein dopestens gemessen am Rest von Deutschrap. Ja, Mann. Nichtsdestotrotz finde ich tatsächlich, dass es als Abschluss von Boss-Aura, Zuhälter-Aura, diesen ganzen Augenreihen fast ein bisschen schade ist. Aber, das ist Jammern auf höchstem Niveau. Wobei die Zuhälter-Aura schon gekillt hat, ne? Bruder. Und die Boss-Aura auch. Aber die Zuhälter-Aura war... Boss-Aura ist, glaube ich, sein erfolgreichstes Album. Nein, nicht King ist sein erfolgreichstes Album, aber Boss-Aura war, glaube ich, so das... Hi, übrigens, ich bin Kollege und ich kann es. Ja, übertrieben. Ziemlich krass. Ja, von daher. Eure Majestät, eure Lordhaftigkeit. Bleiben Sie stets so bosshaft. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall mehr Erfolg als die No Angels. Ja, ja. Mehr Erfolg als... Peter Fox? Safe. Auch wenn der gerade Werbung auf Times Square hat. Ey, Freunde, aber Peter Fox ist mein Held. Also von daher, ich wünsche es dem Lord natürlich auch. Aber Peter ist schon ein krasser Motherfucker, ne? Von daher an alle bosshafte Grüße aus dem Boss-Ex-YouTube-Tune-Team-Dings. Ja, wir halt. Peace out. Ja, und falls ihr wie immer Tickets fürs Heroes-Festival wollt... Oder 10% im besten Online-Shop der Welt... Das kommt am Anfang. Ja, ich weiß nur noch... Spult zurück zum Anfang. Deswegen, ihr wisst Bescheid. Danke, tschüss und... Ciao. What Talk One. Na, What Talk One. Wir kommen hier zu der Möglichkeit eures Lebens. Heroes-Festival. Noch nie zuvor war euer Glück. Sona. Heroes-Festival. Noch nie zuvor war dabei Reaktor so nett zu euch. Oh. Oh. Heroes-Festival. Und deswegen haben wir für euch zwei Wochenende-Tickets für das Heroes-Festival in Geiselwind. Yeah. Was ihr dafür tun müsst... Entschuldigung. Ihr müsst dem Heroes-Festival auf Instagram folgen. Ja. Ihr müsst dem Heroes-Festival in Geiselwind folgen. Ja. Uns einen Screenshot schicken, dass ihr unseren Kanal abonniert habt auf YouTube. Mhm. Ihr müsst uns auf Instagram folgen. Ja. Und von den anderen Follows, weil bei uns sehen wir es ja, brauchen wir auch einen Screenshot. Das heißt, 3 Screenshots von euch in unser PN-Postfach bei Instagram. Also, Entschuldigung, DM uns den Scheiß und dann losen wir aus und geben den Gewinner, die Gewinnerin, wie auch immer. Rechtzeitig bekannt, Freunde. Safe. Material, Nina Schubert, Pasha neben Freunde, Sio, Tretti, Ufo361, die 1 und 2 Boys, AST, Audio88, zusammen mit Yassin, Alter, Beste, Bad Chief, Dardan, Dilla, Disaster, Casey Rebel und Summer Jam, Alter, Calvin Cold, Maschinen, Kitty Cat, Kwami, Lugati und Nine und noch vieles, vieles, vieles mehr, wirklich, was da so los ist. Das sind die nicesten Digits am Start, alles Kollegen von mir. Es ist ein sehr, sehr, sehr neues Festival, ja, krass aufgezogen und von daher, Leute, geht da hin, macht bei uns ein Gewinnspiel mit und grabt euch die Tickets. Wollt ihr wissen, wer noch da ist? Der Big Boy und der Sherlock, die machten einen drauf. Die kamen da vorbei.